Und dann brauchen Sie Crushed-Eis. Gut. Ich muss den Kleiderhaken wieder raus tun, weil... Weil die Reihenfolge andere ist? Weil die Reihenfolge andere ist? Nein, weil wir diesen Kleiderreise-Kleiderhaken... Dieser Kleiderreise-Haken, ja. Jetzt konzentrieren Sie sich da jetzt. Jetzt geht's weiter. Da habe ich ein Doppelklebeband und auf dieses Doppelklebeband klebe ich jetzt diesen Saugnapf. Aber warum kleben Sie den Saugnapf fest? Es ist an sich ein Saugnapf. Er hat seinen Namen auch schon drinnen. Er arbeitet mit Unterdruck. Sollte er es ohne Doppelklebeband halten. Oder sagen Sie, Vakuum ist was für Astronomen. Und da geben wir jetzt Brushed-Eis dazu. Und alles wieder am Boden. Wahrscheinlich, weil Sie es gern bücken, nehm ich an. Aber wie wird man sonst auf Professor? Aber wie wird man sonst auf Professor? Ja. Ja.